hallo und herzlich willkommen und ich bin heute also ist wochenende und wir spielen heute und ja was soll ich sagen wir fangen hier rechts an während die ersten vier zu spielen wenn ich mit denen natürlich bin ansonsten geht es gleich mit der mit dem zweiten video weiter und vielleicht kommen wir da noch mal viel weiter bis dahin dann möchte ich mir sagen let's go viel spaß ok die erste runde geht los ich habe immer noch keinen neuen monitor muss ja heute abholen heute samstag und wird eigentlich gestern noch videos machen für ganze woche ich habe ich habe ich habe ich Das ist erledigt. Suchen wir unser neues Ziel. Das muss mit dem Weg gehen. Das muss mit dem Weg gehen. Zertrungstreffer! Sie haben sich mal angekratzt! Zerrlieg nicht durch! Zertrungstreffer! Okay, das ist gut. Vielleicht nicht. Ah, nee. Wir haben Sie! Geh noch einmal, dann ist er down. Oder zweimal. Okay. Das muss wehtun! Jawohl! Jetzt ist er down! Das wurde gewonnen! Jawohl, ja! Wie sieht's aus? War ich der Beste? Ich glaube nicht! Aber ich war oben mit dabei! Drittbeste! Das heißt ja nicht Drittbeste! Das heißt ja nur irgendwas mit einer 3! Keine Ahnung was die 3 bedeutet! Ich war schon mal der erste! Und da stand bei mir nur der 2! Deswegen! Er war besser! Und... Ich bin für mich der 2 Beste! Abschuss! Abschuss habe ich 2! Er hat 5! Fünf! Das ist gut! Naja, gleich nicht so! Let's go! Wir spielen immer noch mit dem schwedischen Panzer! Denn da war einmal 3 Stern drauf! Da er erstmal weg musste! Jetzt ist er weg! Und jetzt haben wir einmal 2 Stern! Wenn der weg ist, geht es weiter! Und jetzt das A! Das soll ich erstmal einnehmen! Ich werde angesiedelt! Tätische Treffer! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Okay! Wie ist das jetzt? Oh! Ganz knapp! Oh mein Gott! Fahrer verbundet! Wir können mich nicht aufhören! Wir müssen schnell fahren! Racken! Wir sind ja nicht raus hier! Nee! Ich wollte was ausprobieren! Ich wollte drüber fahren! Pfff! Gut! Schauen wir mal! Au! Wir liegen am Verlieren! Scheiße! Drei eins! Drei eins! Vier eins! Für zwei! Drei eins! Drei eins! Ach! Ich bin jetzt hier! Ja! Ah, komm! Den geht er! Einer von uns jetzt auch weg! Der Tiger da unten! Bei dem Panzer ist es ganz leicht und muss nur hier um auf den Turm zielen. Er hat dann für sich eine gute Panzerung, aber der Turm ist total kacke. Ich kann mich auch nicht mit Huhn bekleckern heute, zumindest bei dieser Runde. Nein, die Runde war gut, aber jetzt die Runde. Schauen wir mal. Ich habe glaube ich nur einmal getroffen, Schuss. Ich habe nur einmal. Gut, damit bin ich der, die waren schlechter als ich, die haben wahrscheinlich gar nicht mitgespielt, keine Ahnung. 130, da bin ich besser, 164, da bin ich schlechter. Also ich war da viel schlecht. Na gut, gleich nächste Runde. Let's go. Die zweite Runde geht los. Jetzt, jetzt müssen wir gewonnen. Die erste Runde gewonnen, die zweite verloren. Jetzt kommt die dritte Runde, weil gerade die zweite Runde geht los. Die dritte Runde geht los. Die dritte Runde jetzt. Die muss man wieder gewinnen. Immer noch mit den schwedischen Panzern. Ja. Ja, Leopard. Uff. Das heißt, damals ging es noch auf eigene Leute schießen? Einmal darfst du, beim zweiten Mal wirst du gebannt. Die dritte Runde geht los. Die dritte Runde geht los. Ja, eine andere alte Runde. Wie ist das war? Ich bin hier oben. Die dritte Runde. Die dritte Runde ist weg. Oh, nein. Ich bin zufrieden. Das ist vielleicht schon mal. So, bleib da. Vielleicht bist du da. Hau'n. Wie? Ach nee, da ist es weg. Einer da? Mein lieber Scheuer. Das ging aber doch richtig Rätsel verzehren. Volltreffer! Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Kreatischer Treffer! Wie? Sogar mein Kill. Also zwei Kills habe ich mal wieder. Nicht schlecht, Herr Specht. Schon wieder die 3. Schauen wir mal auf welcher Platz ich bin. Ich werde ein Kill. Ich habe zwei Kills. Also Kills mäßig wäre ich auf Platz 3. Das stimmt. Stefan Red Dog ist der zweite. Und von Schar mäßig wäre ich aber auf den zweiten Platz. Gut, da kann man sagen wie man will. Ich bin zweiter. Also, let's go. Nächste Runde. Letzte Runde für heute. Für dieses Video. Viel Spaß. Okay, jetzt sind wir mit dem französischen BDR G1B unterwegs. Und schauen, ob wir mit dem schweren Panzer da was abräumen können. Bestimmt. Ich fahre bis zu ihm vorsichtig. Taktisch. Weil immer wenn ich dieses let's go angreifen da vorne zack fahre. Ihr wisst was ich meine. Dann ist es schnell vorbei. Und dann verlieren wir auch öfters mal. Wir gehen gerade durch. Der ist rot. Außer der Turm nicht. Und hier unten. Ah. Ich habe ja nebengeschossen weil ich gerade ein Stück nach vorne gefahren bin. Wir haben sie. Ah, ist gut. 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 Ach lad. Das dauert auch langweilig in das Nacht. Zinfahrung nicht durchfahren. Wir haben sie. Wir haben sie voll erwischt. Hinter mir kommt einer. Wir haben sie nicht mal angesagt. Wir haben den Motor getroffen. Sie können uns nicht bewegen. Den werden wir leider nicht gewinnen. Klar. Schau was die anderen beiden noch machen bei uns. Im Team. Die haben den abgeknallt. Schön. Oh, der. Ein Schuss. Da ist er down. Aber irgendwie auch. Ah, daneben geschossen. Es dreht er sich hoch und wird von der anderen Seite abgeschossen. Ah, weg ist er. Und der letzte von mir. Von mir. Von meinem Team. Ist jetzt auch weg. Ist er auch weg. Nächster Schuss ist er down. Tod gerabbt. Kaputt gerabbt. Und nicht. Ist nur kaputt. Ja, das war jetzt die vierte Runde. Zwei gewonnen, zwei verloren. Das wäre so eigentlich mein Durchschnitt bei Award of Tanks 50-50. Mal gewinne ich, mal verliere ich. Zwei beste. Zwei beste mit Schalen sowieso. Ich habe nur ein Kill. Aber ich würde mich auf den zwei besten stehen lassen, weil ich das hätte. gut. Dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder bei euch seid. Bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.